Ein herzliches Hallihallo auf meinbacknang.de. Ich bin die Claudia Fischer. Und mein Name ist Jochen Stapf. Schön, dass wir uns hier sehen. Finden und gefunden werden und das auf lokaler Ebene und ohne Ablenkung durch zu viele Werbeanzeigen. Das ist meinbacknang.de. So verstehen und leben wir. Support your local heute. Jede Facette des Backnanger Stadtlebens ist bei uns willkommen und kann auf der Plattform repräsentiert und gefunden werden. Eine Seite für alle und alles auf einer Seite. Es gibt keine Anmeldepflicht. Jeder kann hier auf die Seite gehen, stöbern, suchen, finden und gefunden werden. Falls es irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen geben sollte, bitte nicht zögern. Einfach Kontakt aufnehmen. Entweder direkt hier im Kontaktformular oder alle möglichen Regeln der Kunst sind im Impressum aufgelistet. Wir freuen uns drauf und sind da. Tschüss und viel Spaß. Tschüss auf unser Backnang.